Ja? Ja. Schöne Begrüßung. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play, ähm, ich wollte schon wieder zurück also sagen. Tycon Quest. Hast du den Ordner geändert? Hier, Klärchen. Hast du einen Timer gestartet? Ja, Klärchen. Nice. Gut, Leute. Wir haben letztes Mal aufgehört, indem wir hier nicht mehr gelevelt haben. Und ich nicht mehr weiß, was ich leveln wollte. Holzlehre? Nöööö. Machen wir da noch einen Punkt drauf? Sollte der Part nicht eigentlich heute? Nein, morgen, oder? Morgen kommt Part 8. Ach ja, stimmt. Ja, aber... Was? Weiß doch keiner, dass ich Montag, nein, Dienstag ein Part ausgelassen hab. Nein, warte, nein. Doch, äh, letzte Woche Freitag ein Part ausgelassen hab. Hat er nicht, hat er nicht. Sag ich dir. Weiß ja keiner. Ist nie passiert. Was ist nie passiert? Wie weiß ich von du redest. Ich hasse übrigens Giftviecher, weil die mich immer sofort kalt machen, ey. Ich hasse übrigens verstauchte Ringfänger. An denen du komplett selbst schuld bist. Du bist der Red schuld. Nein. Hört man eigentlich meine Maus? Hört man eigentlich meine Maus? Hört man eigentlich meine Maus? Hört man eben meine Maus? Warte, ne? Ich benutze die gerade gar nicht. Hero. Mein Handy liegt so halbwegs auf meinem Bein und ich bin heute auf Instagram gewesen. Ne und ja, ich habe Instagram, weil ich ein cooler Hipster bin. Wenn kein Instagram hat, ist entweder eine Schwuchtel oder jemand, der kein Instagram haben möchte. Ich habe Instagram eigentlich nur, weil es fallen muss. Nein. Ich habe jetzt sogar eigentlich nur, was eine gute Foto-App ist, die einfach so direkt teilen kann und alles Mögliche. Und man hat eigentlich auch ein paar Arbeitungseffekte wenigstens. Ein paar Filter. Finde ich schön. Finde ich sexy. Oho, sexy. Oho, sexy. Oho, sexy. Oho, sexy. Geil. Entschuldig. Hauptsache alles auf X-Pro2 mit einem Beleuchtungseffekt drin. Und ähm... Ja, Beleuchtungseffekt, Entschuldigung. Ich habe auch einen Wellentheins. Trink auch rein. Nein, das geht nicht mehr so viel. Also ich habe kein Apfelsaft mehr. Ich trinke in der Woche nicht mehr so viel. Apfelsaft? Ja. Ja, ich weiß. Wir haben gestern einen Apfelsaft zusammengekippt. Nicht, dass die Aussage kommt. Ich trinke in der Woche nicht mehr so viel. Abends. Tagsüber. Woche. Ach, das habe ich nicht verstanden. Tags, abends, Woche. Verstehe ich nicht. Alter, was geht denn hier ab, Junge? Ich glaube, ich habe die letzte Folge wieder beendet ohne... mir was zu holen. Ach, hier muss ich ja nicht Angst haben, dass Freddy alles weglootet. Tch. Alter, ernsthaft? Das ist so schlimm im Single. Da lootet Freddy einfach alles. Äh, Multi, ja genau. Da lootet Freddy einfach alles. Ich weiß nicht, wovon er redet. Außer die eine königliche Truhe, die ich gelootet habe komplett, wo er mir immer noch vorwirft, dass ich die gelootet habe. Hast du auch. Das war unfair. Ich loote wenigstens nur so scheiß Truhe und loote gleich an die königlichen Truhe und gibst mir gar nichts ab. Das kriege ich ja gar nichts. Ist doch besser so für dich. Das Lustige war einfach, ich habe wirklich nichts Gutes aus der Truhe gekriegt. Nein, nur 30er, nur 30 1 Millioner Stäbe, die alle übertrieben OP sind. Die ich nicht benutze, weil keiner von uns Stäbe benutzt. Ich benutze Stäbe. Nein. Oh. Was mache ich dann? Schwert da. Oh. Zwei? Ja. Wow, 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 wow. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich jetzt gleich sterbe. Nein, stimmt ja nicht. Das hat gerade so heftig gelackt. Okay, die Skelette sind... Kratz den Sand aus der Moschee. Bisschen unterpowered. Der ist brutal. Keine Ahnung, warum die Skelette so unterpowered sind. Ich meine, ich mache One-Hit bei denen und meine Hunde machen die kurz kalt. Weil du einen Speer hast und der übertrieben stark ist. Der ist gar nicht mehr so stark. Weil es so schwer ist. Mein Speer macht nur 27 Schaden. Mein Speer macht nur eine Million Schaden. Mein Speer im LP macht, also im LPT macht, äh, glaube ich, 31? Ja, ich benutze sowieso Schwert, aber Schwert sind einfach cooler sind, finde ich. Ja, ich nehme irgendwie in jedem LPT, was wir haben, eine Klasse, die ich eigentlich gar nicht will, außer bei Sacred. Wo ich mal ein Zwerg nehmen konnte. Was wir wegen dir pausieren müssen. Hehe. Ich kann mir One-Hit-7 auf eine Dings, sonst hab ich hier keine Lust. Auf eine was? Äh, zweite Festplätze. Ich weiß, hast du schon mal gesagt. Weil das wären so viel Arbeit, dann die wieder zu formatieren. Wieso willst du denn die formatieren? Weil ich keinen, weil ich nicht unnötig Speicherplatz für ein zweites Betriebssystem verbrauchen will, was ich nicht brauche. Weil du ja nicht genug hast. Ja. Ich hab, ich hab drei Terabyte Platte. Ein Terabyte ist meistens, äh, fast voll mit, äh... Du hast keinen Platz mehr. Also, mit Steam ist eins auf jeden Fall voll. Meistens ist noch ein, äh, Terabyte mit Fraps voll. Da hab ich noch ein Terabyte, äh, Raum offen. Wovon ja nicht drei komplett genutzt werden können. Weil wenn man eine Platte kauft, die drei Terabyte hat, hat sie meistens so, äh, sieben, äh, 2700 Gigabyte. Ja. Das heißt, ich hab knapp 700 Gigabyte Raum frei. Wenn ich zum Beispiel jetzt, äh, ein Projekt lange im Voraus aufnehmen will, ist meine Platte voll. Das heißt, entweder lösche ich meinen kompletten Steam-Spiele, oder ich, äh, lade einfach weniger Pornos runter. Nein, weniger Pornos runter werden, ist keine, ähm, keine Möglichkeit. Hä, wer lädt sich heutzutage eigentlich noch Pornos runter? Das ist das, was man machen kann. Ja. Oder für welche zu bezahlen? Für welche zu bezahlen, finde ich nicht so schlimm. Ach. Tschau. Auf Wiedersehen. Ganz ehrlich, wenn man so ein dreckiges Internet hat wie ich manchmal, dann ist das echt scheiße. Wenn du so, wenn du so eine Bezahlzahlzahl holst, wo du eine halbe Stunde Zugang auf die Website hast, dann lädt der Film nicht. Hä? Wer kauft sich denn Online-Filme? Also Online-Pornos. Da gibt es genug von. Ernsthaft? Das würde ich auch nicht machen, das würde ich auch nicht machen. Ich meinte jetzt so, okay, okay, falle. Ich meinte jetzt so im Laden. Kennst du diese Memes da, wo dann irgendwie so ein Bild, das man falsch verstehen kann, wenn man ein bisschen älter ist, von irgendeinem Kinderfilm. Und dann machen die hier unten so ein Brazzers-Logo rein. Brazzers ist übrigens ziemlich bekannt, seit ich früher mal bezahlen muss. Ne, kennt mich. Tschau. Schick mal an. Am Arsch. Kennst du den Meme mit Bilder, die dir deine Kinderfilme versauen oder so? Ja, davon gibt es wahrscheinlich mehr als zwei. Nein, es gibt glaube ich genau eins. Also eins mit allem auf jeden Fall, was ich gesehen habe. Das ist todeslustig. So Szenen aus irgendwelchen Kinderfilmen, die total zweideutig eindeutig sind. Also die du eigentlich nur auf eine Art und Weise stehen kannst, was? Ich weiß nicht, was du mir daran sagen möchtest. Ah, fuck, ne Falle. So ne Falle hat mich im Lpt umgebracht. Hat's nicht. Doch, hat es. Der ist brutal. Mega-Azi. Der hat Steine in seinen Kopf zu stehen. Kann ich jetzt wieder raus? Nein. Okay. Bisschen weiter arbeiten. Was machst du eigentlich gerade? Kein Held? Oder? Ja. Nice. Schick's mir mal, wenn's fertig ist. Am Arsch. Das darfst du nicht sehen. Das kostet Geld. Fünfer? Nein, Fünfer kostet es zu kaufen. Da verkriechst du ja vielleicht ein Zehner, wenn's ihm gefällt. Nice. Also 10.000, ne? Sollte logisch sein. Ja klar, was... Was ist... was ist... was ist für ihn jetzt? Ich meine, was glaubt ihr eigentlich, was ich für mein... YouTube-Bild ausgegeben hab, weil da... Boah. War nicht günstig. Oder für deinen Facebook-Plan. Für den hast du nämlich nichts zu gehen, weil von Kirschi ist. Ja. Äh, übrigens danke an Kirschi von dieser Stelle aus. Dass er mir einen wirklich wunderschönen Facebook-Plan gemacht hat, wo ich keinen Bock hatte, den zu machen. Besser gesagt, ich hab keinen Photoshop gekauft, um's zu machen. Ich hab dann durch Photoshop gekauft, das ist ja mein Lebensunterhalt. Wenn ich mir so dachte, okay, 3.000 Euro für ein... äh, für... äh, ein Facebook-Titelbild, dachte ich mir so... Nee. Das kostet doch kein 3.000 Euro. Photoshop, die richtig... also die Professional kostet 3.000 Euro. Die günstige kriegst du für 280. Kumpel vom Erd, die günstige. Du hast ja die teure. Oder? Hast du die günstige? Ich hab C6 Extended. Also ich denk jetzt schon die teure. Keine Ahnung. Scheinlich. Ich weiß nur, dass es die teure für 3.000 Euro gibt. Musst du doch wissen, du hast sie doch gekauft. Oder hast du sie geschenkt gekriegt? Äh, lang her, dass ich die gekauft hab, natürlich. Achso, okay. Mindestens, äh, 17 Jahre. Ja, du weißt, wie es mit dem Geld ist. Money is on the paper. Ja. Das denk ich mir bei, äh, Teigenkuss auch immer. Money is on the paper. Und dann denk ich, oh, Papier ist ganz schön schwer. Der ist brutal. Der stumme Kopf. Versteht denn, der stumm? Oh Gott, mein Ogi juckt, ey. Wir sollten uns vielleicht irgendwann mal wieder 15 Minuten Parts beschränken, so wie es hier der normale YouTuber macht. Niemand macht 15 Minuten Parts. Ich hasse, ich hasse es für mich im Fall zu machen. Es macht keinen Spaß einfach. Nein, ich hab den Hund geheilt. Ah, fuck. Der ist total. Fast gestorben, Alter. Der Stummerkopf. Ja, ich habe schon wieder vergessen, dass ich auf mein Bild klicken kann, um mich zu halten, aber da muss ich immer so weit wegklicken. Da musst du nicht. Der ist total. Da steht der mich, der, der Stummerkopf. So, dann waren wir da, dann waren wir da, dann waren wir da, dann waren wir da. All das für Ewigkeiten dauern, bis ich im LP wieder so weit wie im LPT. Wir sind im LPT schon so weit. Wo sind wir eigentlich? Hinter Megara. Steilküsten von Megara, weiter glaube ich sogar noch. Ich glaube wir kommen bald mit Delphi. Also wir sind schon im Gebiet von Delphi auf jeden Fall. Stimmt. Dann kommt ja bei ein gewisser Heim. Mit Steine drin. Was? Kennst du das Lied nicht von ihm? Klar. Also von wem jetzt? Von Xavi, oder? Nein, von Antoine, der das verarscht hat. Nein? Von welcher Antoine? Der, kennst du den? Der Integrationstest. Nein. Der Typ heißt eigentlich Teddy. Also der ist Teddy Comedy. Seinen Kanal ist Teddy Comedy. Und seine Figur, also dieser Asi-Typ, den ich auch mal nachmache, das ist Antoine. Okay. Und, ähm, Teddy ist halt bei TV Total. Und dann ist er in seiner Rolle Antoine. Und dann will Stefan Rapp von Antoine, dass er was singt. Okay. Und dann singt er. Dijavec. Ich mit Steine drin. Und ich hab auch jetzt nichts weitergehen. Auf jeden Fall ist es ziemlich lustig. Kann man sich das gut geben. Okay. Wenn er sich kennt, sollte er jetzt auf jeden Fall gucken. Und vielleicht dazu was probieren. Das wäre eine gute Idee sowieso. Kennst du diese Campus Battles? Nein. Die sind saulustig. Musst du dir mal reinziehen. Du bist so ein komplettes Wahnsinn. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Irgendwas im Campus. So Community. Äh. Was? Community? Worauf geht's da? Comedian. Das sind so Leute, die haben, äh, ich weiß nicht, drei Minuten Zeit, glaube ich. Und müssen halt das Publikum möglichst gut unterhalten. Das sind so Leute, die keine Freunde haben, meinste? So Kirschi, ja. Entschuldigung Kirschi, ich liebe dich. Ähm. Nein. Nein. Aber ich will nicht, dass Kirschi wieder weint. So wie letztes Mal. Ich wollte es nicht. Er soll jetzt sein, dass er muss die Kratzen. Ja. Das so. Okay, äh, irgendwo ging's hier, glaube ich, noch runter, weil da unten ist eine Höhle. Da habe ich eben auf dem Radar gesehen. Da habe ich kurz auf Radar gesehen, da unten siehst du krass. Ja. Oh, der war ich schon. Der ist brutal. Okay. Wir gehen jetzt. Wer geht wohin? Ich habe ruhig schon wieder rum. Ich habe ruhig schon wieder rum. Der verarscht mich. Ich habe ruhig schon wieder rum. Der verarscht mich hier. Ja, und ich bin jetzt bei der Steigküste von Megara. Wollen wir da auch nicht auch schon? Ja, da sind wir schon lange vorbei. Wo sind wir, äh, schon? Wir sind hier. Wir haben ein paar Sachen getötet. Ja. Ich weiß aber nicht mehr was. Da das Let's Play together eh schon raus ist, äh, Ogre. Du meinst die Zyklopen? Ja, Ogre. Der ist kein Ogre. Stimmt jetzt. Nur ein Auge. Okay, das reicht. Was ist nun hier zwischen Ogre und Zyklop? Zyklop hat nur ein Auge, ne? Zyklop hat nur ein Auge und Ogre sind einfach nur fette Viecher. Ja. Stimmt, Schreck ist fett und verhästlich. Wie du. Sorry. Okay, du hast es nicht gemerkt gut. Persch brutal. Bam, bam, bam. Entschuldigung, das verstehende Leute aus meiner Klasse. Also jeder versteht Bam, Bam, aber den wahren Hintergrund verstehende Leute aus meiner Klasse. Das war Bruce Lee? Nein, Bam, Bam, ist das aus, Toni. Da muss die Soße richtig rausspritzen. Bam, Bam, Bam. Ciao. Und, äh, wir haben das auf dem Lehrgang parodiert. Habt ihr nicht. So haben wir. Die Javec, ich mit Steine drehen. Und wir hatten ja, wer es weiß, im Motorsägenlehrgang und so. Und dann, äh, stand unser Lehrgangsleiter halt so vor einem Baum. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Baum gefällt hat, professionell. Der weiß das vielleicht. Man schlägt dann so Kadel da rein. Und wir hatten das halt vorher die ganze Zeit so, ähm, abends, weißt du, wenn mal ein Schlückchen Milch, äh, ein Schlückchen Apfelsaft geflossen ist bei den Bescheuerten, die auf dem Motorsägenlehrgang Apfelsaft trinken. Bei den Bescheuerten. Ich natürlich nicht. Äh, naja. Natürlich, er ist ja verantwortungsbewusstsein als Player. Und auf jeden Fall sind die dann halt da über den Gang gezogen, so Bäm, Ba, Bäm, und haben Asitoni parodiert. Und dann stand er so vor dem Baum und hat so erzählt, ja, und jetzt schlagen wir einen Kyle ein. Und dann steht der da und haut mir den Hammer so richtig laut so, dass man es durch den ganzen Wald hört. Bäm, Ba, Bäm. Und irgendwie haben wir alle gelacht, weil es das durchging. Und es hat irgendwie nur die Hälfte des Lehrgangs verstanden, weil das nicht alle mitgekriegt haben. Weil die andere Hälfte verantwortungsvoll ist und, äh, keinen Apfelsaft getrunken hat, würde ich sagen. Und du gehörst nicht zu der Hälfte, weil du es verstanden hast. Heck dich. Man, ich hab's lustigerweise, wir haben auf dem Motorsägenlehrgang keinen Apfelsaft konsumiert, bis auf den... Okay, jeden Abend. Ähm, aber halt nicht so viel wie gewisse andere Leute. Gewisse Leute haben jeden Abend irgendwie zwei Flaschen Apfelsaft konsumiert. Ist doch schön. Wahrscheinlich haben sie wirklich keine halbe getrunken. Und, äh, wir haben am Abend so, weiß nicht, so zwei... Zwei, drei Apfelsaft Cola mischen halt getrunken. Und halt noch ein bisschen Milch mit Honig. Milch mit Honig. Der ist da. Der macht mich schwer lecker. Richtig lecker. Muss ich auch nochmal echsen. Am letzten Tag erstmal Milch mit Honig morgens. Zum Frühstück. War ganz lustig. Ich gekotzt. Wieso? Mach ich immer kurz morgens. Naja, jedenfalls, äh, haben wir... Das war ziemlich lustig. Fass nicht. Bam. Ah, bam. Alter, stell dir mal vor, da steht ein Typ in kompletter Motor... äh, in kompletter Segelkluft im Wald. Weißt du, Sicherheitsausrüstung, bla bla bla. Da erklärt den Leuten da total, äh, total real was. Total, ähm, wie heißt das? Ich komm nicht drauf. Total glaubwürdig hier so, äh, seriously. Erklärt den Leuten das da und auf einmal steht davor vor dem Baum. Bam. Ba bam. Wie, er hat das gesagt? Ja. Er stand da vor dem Baum, hat den, äh, Keil reingeschlagen und stand davor, bam, ba bam und schreit aus durch den ganzen Wald. Moment mal, ich dachte, das habt ihr alle, ich dachte, das kann nur die, die da, äh, bisschen Apfelsaft getrunken haben. Er kannte das ja auch, weil, äh, weil das... Er hat mitgemacht. Nein, er hat nicht mitgemacht, aber er war halt in der Kneipe. Ich war auch in der Kneipe. Oder besser gesagt, wie ein Bistro, das es da gab, wo es Apfelsaft halt gab. Boah, ich hab auch Bock auf ein Bistro, Alter. Boah, ich hab grad richtig Hunger auf so'n, so'n richtig frisches, äh, selbstgemacht... Baguette? Ja, man. Boah, fick dich. So wie's das im Schwimmbad immer gibt, Alter, die Baguette sind richtig nice. Oh, totes geil. Lass mal, äh, Dings gehen. Dings? Ja, äh, Schwimmbad nur wegen den Baguettes. War ich schonmal, ehrlich. Du bist brutal. Oh, teuer. Oh, 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 okay, 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 okay. Ähm, wer von euch macht meine Elektrotechnik-Hausaufgaben, die ich bis morgen brauche? Also, bis vor sechs Tagen? Was machst du denn? Elektrotechnik. Widerstandsberechnung. Ich hab keine Lust dazu. Diese Fähigkeit ist nach dem Fall ausgebildet. Deja weg. Oh, nice. Steine drehen. Was? Äh, Freddy, du wirst mich hassen. Warum? Was? 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 Ja, gibt's mehr, äh, gibt's mehr, ja, ne? 22 bis 26 Schaden, 10% durchschlagen, Geschwindigkeit schnell. 15 reduzierte Rüstung für drei Sekunden, 7 Kältewiderstand, 8% Energie, äh, Nutzwiderstand, keine Ahnung, 14 Stärke, 16 Geschicklichkeit, 17% Anlösgeschwindigkeit. Ja, gib mir die einfach. Ich denke nicht. Wieso? Klar gebe ich dir die. Also, ist mir auch ziemlich egal, wer, wer das mag, dass ich, dass wir uns, ähm, halt, so, ähm, Leute übergreifen und Sachen geben. Ihr müsst bedenken, dass... Wir machen das zum Spaß. Wir können halt nicht so spielen. Wir machen das einfach zum Spaß. Wir können einfach nicht so, so ernsthaft so viel spielen, weil wir haben einfach... Unsere Penisse sind zu groß. Könnt ihr das verstehen? Es geht einfach manchmal nicht. Er ist einfach im Weg. Du brauchst mehr Energie. Was, solch der Timer? Weißt du nicht? Ah, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Weil, sie brauchen mehr Energie, weniger als eine Minute. Was? Weniger als eine Minute? Was? Weniger als eine Minute? Wir können nach Megara kommen. Wir können nach Megara kommen. Okay, wir kommen diese Folge nicht mehr nach Megara. Da kommen wir. Du sprimmst jetzt einfach durch. Da muss ich aber alle Monster auslassen, wir haben verpasst. Die Javik ist mit Monstern drin. Ähm, ich weiß übrigens nicht, ob ich in Tigere alles mitgenommen habe. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, das tut mir dann leid. Was ist das abgemacht, was rechts war? Ja, den Friedhof habe ich im letzten Part schon gemacht. Vorletzten, Entschuldigung. Schon ganz lange. Der kommt ja erst morgen hoch, also... Nein, bist du... Ja, morgen. Oh, stimmt, morgen war der, ja. Wir geben ihm jetzt noch einen Nacken. Alter, wenn dieser Part hochkommt, habe ich schon mein Album. Ich höre. Hast du nicht. Wieso nicht? Ich gebe es dir nicht. Oh, sieh. Okay, ähm, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Das war auch erst mal der letzte. Wir haben uns mal 9 und 10 aufgenommen. Ähm, haut rein, Leute. Tschüss.